Konzentriert euch Leute, das ist Durchbruch. Ganz klassisch, angreifen oder verteidigen. Ihr müsst Ziele sichern und Sektoren halten, um hier einen Sieg einzufahren. Die Angreifer müssen pro Sektor jeweils bis zu drei Ziele gleichzeitig erobern und halten. Wurde ein Sektor gesichert, ist er gewonnen. Boom, eingesackt. Das heißt, die Verteidiger müssen sich zurückziehen. Gleichzeitig schnappen sich die Angreifer während ihres Vorstoßes Sektor für Sektor. Nicht vergessen, die Verstärkungen der Angreifer sind nur begrenzt verfügbar. Sind sie verbraucht, ist das gesamte Team erledigt. Set auf Zack. Nun andersrum. Die Verteidiger haben nur ein Ziel, die verdammten Sektoren zu halten. Da die Verteidiger unbegrenzte Verstärkungen erhalten, ist die Höhe ihrer Verluste praktisch bedeutungslos. Verlust an Boden ist für die Verteidiger okay, solange die Angreifer dafür teuer bezahlen. Eines noch. In diesem Modus ist auf beiden Seiten Teamwork gefragt. Einsame Wölfe werden gefressen. Kämpft als Einheit. Spielt auf das verdammte Ziel. Los jetzt!